Orkast! 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 Der monatliche Hörspiel-Podcast von und mit Ola von der Heid und Martin Stelzle. Bist du hast schon? Ich hab schon, ja, du darfst. Ja, ich wollte nur noch kurz den Hinweis geben, dass wir ja heute möglichst seriell auftreten müssen. Weil, sehr ernst. Nee, Entschuldigung, kariös. Kariös! Genau. Seriell ist ja diese Menge... Das kommt, das von kariert oder karies? Ich weiß es nicht. Kariant. Also... Kariant. Genau. Hallo! Ja, achso, ja, hallo, genau. Willkommen zu einem ganz speziellen Spezial-Orkast, den wir einmal im Jahr machen, weil es so schön ist. Weil Weihnachten ist. War? War, genau. Ja, ihr habt den Titel schon gelesen, dann wisst ihr schon, um was es geht. Ja, wir blicken zurück auf 2021 und ihr, wie wir, haben uns Gedanken gemacht, wer denn Hörspiel des Jahres werden könnte. Und es gibt tatsächlich einen Gewinner. Und der ist... Nein, wird natürlich erst am Ende der Sendung verraten. Vorher sprechen wir doch einfach mal ein bisschen über 2021. Was war denn so hörspielmäßig so los? Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an das vergangene Hörspieljahr denkst, jetzt abgesehen von deinen Top Ten? Boah, schwierig. Also so direkt ans Hörspieljahr. Ich glaube, es war wie jedes Jahr, dass es so die Knaller irgendwie lange auf sich warten lassen haben. Also, naja, wohl, nee, ich habe ja so ein, zwei drin, die tatsächlich vorne im Jahr waren, aber so die ganz großen Knaller kamen wie immer so irgendwie am Ende, hatte ich so den Eindruck. Und das ist so ein Gefühl, das ist breit bewacht, weil ich weiß noch, dass ich so im August, September, keine Ahnung wann, also da saß und dachte, naja, gibt ja so ein, zwei Highlights. Jetzt aber so richtig das, wo man denkt oder so die Masse, so wie willst du denn jemals zehn oder sogar 25 Hörspiele da aufschreiben, so die Knaller waren irgendwie nicht dabei. Also, was mir im Jahr 2021 aufgefallen ist, dass so die Trends weitergehen, dass sich der kommerzielle Markt immer weiter ins Mainstreamige und ins, wie haben wir das immer gesagt, ins Stangenwahrige verwandelt und da immer mehr anknüpft und das Radio so ein bisschen momentan, glaube ich, nicht weiß, wo es hin will. Das ist mir, glaube ich, im letzten Jahr auch so ein bisschen im Radiobereich aufgefallen, dass man so einerseits ganz große Erfolge mit vielen Ideen feiern, zum Beispiel mit kein Mux als Podcast, was ja einen unheimlichen Rand hatte oder ja auch den Radiotaler oder verschiedene einzelne Projekte als Podcast, die man dann veröffentlicht hat, aber andererseits auch irgendwie so merkwürdige Entscheidungen getroffen hat, wie so den Wegfall dieser sehr interessanten halbstündigen Schiene beim WDR, den man dann komplett um den Satz rausgestrichen hat. Also, da waren schon einige Dinge drin, die so, ja, eher mich so ein bisschen negativ belastet haben und nur so ganz wenige tatsächlich, wo man dachte, ja, das ist aber doch mal was. Ja, partiell würde ich dir zustimmen, wobei ich ein bisschen einen positiveren Blick tatsächlich habe, was vor allem an einem Label liegt, nämlich an Contendo. Also, Contendo dieses, also auch das Jahr davor schon, aber gerade dieses Jahr tatsächlich für mich richtig fett abgehobbt hat. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Wenn ich noch dran denke, was ich dafür Bedenken hatte, als man hier mit den drei Senioren um die Ecke kam und ich dachte, was ist das für Knallschargen, Krempel jetzt hier und das so eine gute Serie wurde, dass ich mich mittlerweile da auf jede Folge freue. Und dann direkt danach mit Mord ist ihr Leben um die Ecke kam und auch gedacht habe, ja, das ist halt jetzt so ein Abklatsch hier von Mord ist ihr Hobby. Und auch da tatsächlich dann, finde ich, fast nochmal was draufgesetzt wurde, was den Unterhaltungswert anbelangt und dann natürlich die Midnight Tales, die immer noch sensationell weiterlaufen. Jetzt nicht jede Folge, die sensationell ist, aber allein dieses Serienkonzept und diese Konstanz, ich weiß nicht, wie viele Folgen man da rausgebracht hat. Und das ist so irre, dass ich nur zutiefst meinen Hut tatsächlich da mal ziehen möchte, was Contendo anbelangt. Dann ein Name, der mir auch sehr aufgefallen ist 2021, auch 2020 schon, aber Tommy Krapweis, was der rausgehauen hat, allein an Menge von Hörspielen schon mal erst mal. Dann kam Lodge Matterhemd, was uns ja beiden gut gefallen hat und die zweite Staffel von Kohlraben Schwarz, die wirklich super war. Genau, dann Robert Weber, möchte ich auch nochmal rausgreifen, der auch ein gutes Jahr hatte, der zwei Sachen rausgebracht hat dieses Jahr. Was bei Robert Weber jetzt auch nicht, bei Robert Weber hat ja normalerweise immer ein so großes Ding, oder? Wenn ich das richtig sehe. Es waren ja zwei Sachen mit dem wirklich großartigen Diadlov-Massaker. Da ist mein erster Shoutout, so weh das getan hat, bei mir nicht in den Top Ten gelandet ist. Ja, so viel kann ich auch schon mal freuen, aber ja. Ich habe es auch nur als Shoutout drauf, tatsächlich, ja. Leider auch das zweite, also auch Golgatha hat es knapp, also war so in dem Bereich, wo ich dachte, ja müsste eigentlich rein, aber dann habe ich mich dann doch für zehn andere entschieden. Es ging mir auch so, also eigentlich rein gefühlsmäßig hätte es locker drin landen müssen, aber ja, also wenn es dann wirklich ans Streichen geht, ist das echt so gemein. Und Diadlov war auch in der, also war vielleicht nicht, also er hatte es ein bisschen tiefer als Golgatha, aber auch schon... Richtig, bei mir war es anders, weil Diadlov irgendwie nochmal durchgeknallter war und sich nochmal getraut hat, von der Erzählstruktur her, fand ich. Ja, den wollte ich rausgreifen, dann kein Mucks, an kein Mucks kann man nicht vorbeikommen, das ist so sensationell, was Bastian Bastef gerade macht, mit dieser Konstanz über das ganze Jahr über, dass immer unterhaltsam ist, das kannst du immer anhören. Ja, das stimmt. Selbst wenn das Hörspiel mal nicht ganz so top ist, allein das, was er dann drumherum bastelt, ist so unterhaltsam, informativ, diese, ja, unterhaltsame Mixtur, die er da einfach fast schon erfunden hat, würde ich jetzt mal fast sagen, das ist wirklich toll. Dann, was habe ich mir noch auf... Du darfst mich jederzeit unterbrechen, ne? Ja, ich würde vielleicht kurz einhaken, ich würde überhaupt, dass das Thema Podcast und ja, eigene Podcaststrecken auch ein großes Thema werden, wir haben es ja auch im Orkast dann jetzt mittlerweile so aufgegriffen, dass wir auch jetzt auch Kollegen-Podcasts, also da tut sich ja auch ganz viel, was so allgemeine Hörspiel-Podcasts antrifft und wirklich, es sind tolle Sachen dabei und es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Ja, also jetzt zuletzt den Hashemitenfürst mit Kai Schwinden, Andreas Fröhlich. Das ist sensationell. Ja, das war auch sowas, was mir im letzten Jahr dann doch vermehrt aufgefallen wäre und vermehrt auch an mein Ohr gedrungen ist. Das mag vielleicht auch so pandemische Gründe haben, dass da viele das Thema Podcasts entdeckt haben und jetzt auch viele Labels das Ganze pushen. Also ich meine, Hashemitenfürst kommt ja auch direkt von, also nicht direkt, aber wird ja finanziert von Europa oder Kittings hat ja 1, 2, 3 Projekte. Europa hatte vorher ja schon bei den Rocket Beans den Podcast, den es dann jetzt leider nicht mehr gibt. Aber also da macht man dann doch schon auch im kommerziellen Bereich doch einige Meter mit und ja, war auch sowas, was im letzten Jahr eigentlich auffällig war. Das stimmt, ja. Dann ein großes Ding war, das hätte ich eigentlich auch am liebsten in meine Top Ten genommen, war aber dann doch so, dass es halt immer schwierig ist mit der Hörspieldefinition. Wo es ja eigentlich schon im hörspielerischen Bereich ist, Saal 101, um das ging es. Was das für ein Wahnsinnsprojekt ist und wo ich auch immer mal tatsächlich reinhöre, was finde ich auch jeder unbedingt mal gehört haben sollte. Was so dezidiert diesen Prozess zerlegt, auseinander nimmt und strukturiert, also was da auch an Arbeit rein und Hirnschmalz reingeflossen ist, ist echt irre. Und das Endprodukt ist wirklich beeindruckend und ja, großes Lob an der Stelle. Was auch noch ein auffälliges Ding war oder beziehungsweise etwas, wo viel Hoffnung drin war und viel Schwung am Anfang, der dann allerdings rapide oder beziehungsweise von einem auf den anderen Tag plötzlich weg war, ist das Label FIO, die zu Beginn des Jahres mit ganz viel gestartet sind und ich weiß nicht, ob es zwei oder drei Monate gedauert hat, kam nichts mehr. Also das war ein bisschen schade, weil das auch ein interessanter Projekt war. Also gerade dieses Grundgesetzprojekt Artikel X mit zehn, zwölf Hörspielen. Zehn. Ich glaube zwölf. Zehn. Ne, elf sind es mindestens. Elf, richtig, elf sind es. Ja, da waren ja tolle Sachen dabei, da hat man natürlich auch auf großartige Autoren zurückgegriffen, wie Ivar Leon Menger, Kai Schwind oder Sven Stricker waren da dabei, Ronja von Rönne, fiel mir noch ein. Und da waren ja auch ganz tolle und interessante Sachen dabei und es ist schade, dass man da nicht länger durchgehalten hat. Und ein bisschen unverständlich, also das ist ein bisschen merkwürdig. Ja, also so ein bisschen mehr Luft muss man am Hörspielmarkt, sollte man eigentlich mitbringen. Hätte ich eigentlich auch erwartet, dass man sich da vorher drüber bewusst ist. Allerdings kann natürlich auch sein, dass sie wiederkommen. Also ich meine, Audible war ja auch in ein paar Jahren, lief da ja fast nichts und mittlerweile kommen da ja en masse Hörspiele. Also das ist ja wie in den Anfangstagen. Das stimmt. Apropos Audible. Ja, jetzt kommen ein paar Shoutouts, die vielleicht verwundern werden. Auch da nicht in den Top Ten tatsächlich gelandet und das tut teilweise sehr weh. Ja, da habe ich auch was. Oh ja, der Schwarze Berg zum Beispiel hat es bei mir nicht geschafft. Fand ich sehr überraschend. War ein tolles Ding. Nicht top, 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 oberste Spitze, aber das hat wirklich so viel, das war auch so was, was so ein bisschen so nach neu gerochen hat und so ein bisschen innovativ gerochen hat und sich angehört hat. Auch da irgendwie hat man sich so ein bisschen was zugetraut und so ein bisschen upsides und ja, ist ein schönes Ding. Freue ich mich, wenn es da auch mehr von gibt. Dann Sandman, um Himmels Willen Sandman. Was ist das für ein Riesending, was den nicht Sandman Leser wie mich tatsächlich auch erstmal überfordert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Gewalt, diese Gewalt an Geschichte und Geschichten und Verästelungen von dieser großen Geschichte, dieses ganze Universum, was sich da aufspannt und da wird man halt erstmal von erschlagen. Und je mehr man sich hineinbegibt, umso toller ist das tatsächlich. Und ich habe jetzt Frischteil 2 gehört, die zweite Staffel und das ist einfach, das ist wirklich irre. Aber auch da nicht ganz geschafft. Ja, und dann noch, möchte ich noch zwei zweite Teile nennen. Das eine mit einem sehr weinenden Auge, tatsächlich das Imperium, weil es nicht mehr weitergeführt wird. Imperator. Imperium, danke. Imperium ist der andere. Imperium kracht. Genau, kracht. Ja, der übrigens auch, hat es auch nicht geschafft. Ja, Imperium war ganz toll, auch die zweite Staffel ganz toll. Und es ist himmelend schade. Imperator. Sag mal, das gibt es doch gar nicht. Meine Fresse. Ja, genau. Und noch eine zweite Staffel, die sieben Siegel. Ja. Ich oller Meckerfretze. Auch da ganz tolle Hörspielunterhaltung, bombiges Hörspiel, aber nicht in meinen Top Ten. Bei mir auch nicht. Bei mir hat es auch ganz knapp Kohlrabenschwarz nicht geschafft. Auch die hätte ich in den Top 15 gehabt. Aber das war auch so dann einer, von dem ich mich dann leider verabschieden musste. Ja. Ja. Ebenfalls. Ja. Die wollte ich auch noch genannt haben. Ich würde auch noch mal auf das Radiohörspiel gerne verweisen. Denn es gab da einige Sachen, die mich dann doch überrascht haben, die ganz toll waren. Aber dann halt auch letztlich, es gibt halt nur zehn Plätze ganz vorne. Zum Beispiel der Ausbrauch von Jutta Profit, Produktion des MDR, sehr unterhaltsam, sehr lustige Story, gerade in der Corona-Zeit, toll erledigt. Der Verein von Thomas von Steinecker. Ja, toll. Also im Jahresbeginn ein ganz tolles Stück über Fußball, was ja total gut und glaubwürdig erzählt wurde. Also fand ich großartig. Und weißt du was, ich gucke gerade Ted Lasso und muss sich sehr oft an der Verein tatsächlich zurückdenken. Ja, auch ein großartiges Stück war die Königin von Langwitz, weil man es hier schafft, ein Hörspiel fast nur mit Frauen zu erzählen. Das fand ich dann auch großartig und es war dann noch total unterhaltsam und witzig. Und ja, das hat tatsächlich gesprüht, das Stück. Aber ja, leider, wie gesagt, es waren nur zehn Plätze. Ganz andere Richtung Freinacht von Thomas Lang, von BR, was ich auch jedem empfehlen möchte. Sehr originell erzählt, ein ganz tolles und sehr anrührendes Stück mit einer tollen Story, mit einem originellen Twist am Ende auch noch. Also auch das wäre was gewesen, was eigentlich ja was weiter vorne verdient hätte. Aber ja. Auch der Maler, der Rote Ripper, fand ich fantastisch. Ein ganz tolles Ding tatsächlich auch. Aber auch da, Harnkampf in Quizzo wollte ich noch genannt haben, das mich auch sehr begeistert hat tatsächlich. Und jetzt muss ich drei nennen, da wirst du jetzt dreimal zusammenzucken wahrscheinlich. Kalman. Kalman habe ich leider auch in den Shoutouts nur drin. Echt? Okay. Das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Ja. Ganz tolles Ding aus Island, auch so ganz kalt erwischt tatsächlich. Ich hätte noch einen, der so ganz, ganz dicht, also den ich auch bis zum Schluss in den Top Ten hatte. Lass mich raten. Ja. Mönche? Nein. Nein. Miss Terry? Ja. Miss Terry, okay. Also das war tatsächlich der letzte, von dem ich mich, also wo ich dann am meisten noch gezögert hatte. Und zwei, ja, entweder das eine oder das andere und leider hat es Miss Terry, hat es erwischt. Once a Beauty war leider auch was, was ich streichen musste. Genau wie Schöpfer vom Leben von Stuart Kummer. Auch das hätte mehr verdient gehabt. Das hat mich auch sehr, sehr gut unterhalten. Ja, einen möchte ich noch genannt haben, der es bei mir dann letztlich auch nicht geschafft hat, obwohl er es höchst verdient hätte und zwar mit zwei Sachen gleich. Oliver Dörings fantastische Geschichten. Und zwar, Armageddon war atemberaubend, toll und merkwürdig erzählt und da kriege ich heute noch Schauer, wenn ich dran denke. Und der todbringende Stern, das auch fantastisch war und so eine, habe ich auch selten erlebt, jetzt so eine realistische Vorstellung vom Weltende geliefert hat. Boah, auch da Gänsehaut. So eine Radioperle habe ich noch vergessen, Antikammer. Oh, okay. Wollte ich noch genannt haben, ist bei mir auch nicht drin gelandet. Hätte es eigentlich auch locker verdient gehabt. Ich hätte auch noch, ich hätte sogar noch drei Radio. Moment, ich muss mal gerade gucken. Ja, ich hätte auch Katschukop und Co. Das fand ich, also gut, ist jetzt, sagen wir mal, weit weg von dem, was in den Top Ten, also das ist jetzt kein Hörspiel des Jahres, aber es war ein sehr schöner und unterhaltsamer, bunter Tupfer. Von sowas hätte ich gerne auch mehr. Einfach mal so in ein Hörspiel, wo man sich einfach mal 50 Minuten reinlegen kann. Das fand ich echt schön. Dichter an den Top Ten war tatsächlich Stadt, Land, Fluss oder die Konstruktion der Liebe von Lisa Sommerfeld. Das wäre auch sowas gewesen, was es verdient hätte und wo die Freiheit wächst. von Frank-Maria Reifenberg. Richtig, hatte ich auch hier auf dem Schirmherr. Auch ein ganz tolles Stück. Und nochmal zu Katschukop, was ähnlich in die Richtung geht. Sehr unterhaltsames und lustiges Hörspiel ist, vielen Dank für Ihr Verständnis von Fritz und Kenga. Das auch sehr, sehr knapp. Also allein der Hubschrauber, das nützt, denn deswegen muss man es mal gehört haben. Also gönnt euch das noch. Ich glaube, es ist noch im Hörspielspeicher verfügbar. Ja, wenn ihr mal eine schöne Stunde braucht, eine schöne ruhige Stunde. Das ist dann was, ja. Tolles Ding, das stimmt. So. Ja, Moment, ich gucke nochmal meine Liste mit den Shoutouts. Ich glaube, ich habe noch so ein bisschen was drauf. Also so ein paar Standards, die eigentlich immer gut sind, wie das Kuchenkabinett. Zum Beispiel mit Das Tote Brücke oder der Student von Prag, die haben es mir angetan. Bei den Radiotatorten sollte man auch einmal den letzten Trichler natürlich erwähnt haben. Oh Mann, natürlich, ja. Ein starkes Stück, wie immer vom SRF. Wird nicht jedem gefallen, aber wie gesagt, diese Trilogie, die fand ich schon sehr klasse, weil man sich da auch tatsächlich mal was im Radiotatort getraut hat. Und das gleich zu Beginn. Also das finde ich schon, da ziehe ich immer noch alle Hüte vom SRF, dass man sowas dann doch angeht. Und was mir gut gefallen hat, war das Beispiel Sonntag von Tom Poigert in der Reihe, wo man das Ganze nochmal neu gedacht hat und neu erzählt hat, also beziehungsweise da eine neue Figur etabliert hat, die tatsächlich mit dem ersten Fall auch ein richtig gutes Stück abgeliefert hat. Ja. Ja, jetzt bin ich aber tatsächlich durch... Nee, eins habe ich noch tatsächlich. Sorry. Grauen, den Podcast. Den hätte ich eigentlich eben schon erwähnen sollen. Das ist natürlich auch was, was man gehört haben sollte, weil es da immer wieder richtig grandiose Folgen gibt. Also gerade das Staffelende der ersten Staffel, Folge 12 Hotel Limbus, fand ich großartig. Sensationell gut. Oder auch den Nachtzug, weil die zweite Folge der zweiten Staffel, ja, Hammer. Aber wieder eine Zugfolge, klar muss die gut sein. Weißt du was, da haben wir jetzt einen schönen Anker tatsächlich. Ja, echt? Ja? Ja, okay. Dann steigen wir doch in unsere Top-Zeit ein. Ich fange an. Lass mich raten, da kommt irgendwas hier an. Lass mich raten, komm mal mit deiner Zähne an. Smells like Nirvana. Ja, Hotel Limbus tatsächlich. Okay. Grauen. Grauen hatte ich länger vor zu hören. Ich habe gesagt, ja, ich muss es natürlich irgendwann mal hören. Das sind so tolle Leute, die das gemacht haben. Du hast das so abgefeiert. Und ja, selbst mit dieser Treppe, die da schon aufgebaut wurde, da vorne im roten Teppich, der ausgerollt war, hat man da voll ins Schwarze getroffen. Und da gab es halt wirklich Folgen. Also war es das Kindermädchen, glaube ich, diese Folge, wo ich gefühlt erst mal nur die Hälfte verstanden habe von dem, was dieser Einsiedler daher gefaselt hat. Aber mit so einer Werfe und so einer irrsinnigen schauspielerischen Leistung, der hat mich total geplättet. Als ich die Folge dann gehört hatte, da habe ich gedacht, Alter, was kommt denn da danach noch? Ja, man hat dann nochmal nachgelegt und es gab wirklich ein paar grandiose Folgen. Aber nochmal heraussticht tatsächlich, du hast es schon gesagt, das Staffelfinale Hotel Limbus, wo wir uns in diesem was auch immer befinden. Man weiß es nicht so genau. Auf dem Weg zum Hotel, im Hotel, vom Hotel wieder weg und wieder zurück in einem Nirgendwo quasi. Und wie dieses Nirgendwo, dieses Verlorensein dargestellt wurde, auf diese kurze, prägnante Art. Und das ist das eigentlich Sensationelle, finde ich da immer wieder dran, wie man so kreativ bombastisch, wirklich knackig auf diese kurze Strecke da. Es schafft, jemanden in eine Geschichte reinzuziehen, die einen dann auch tatsächlich länger beschäftigt. Also Hotel Limbus, das hat so lange noch nachgehalten. Ja, das heilt bis heute nach und ich freue mich auf jede Folge von Grauen. Und ja, das ist toll, das müsst ihr hören. Und deswegen mit tiefer Verneigung gen Schweiz, Grauen Hotel Limbus ist meine 10. Cool, ja, finde ich eine sehr gute Wahl. Ich hätte auch was auf der 10, über das wir schon gesprochen haben. Bei mir hat es dann tatsächlich der Saal 101 in die Top 10 geschafft, weil ich es nicht nur ein gutes Hörspiel fand, sondern auch ein verdammt wichtiges Hörspiel in der aktuellen Zeit. Das war wirklich ein großartiges Stück, eigentlich ein Dokumentarhörspiel oder gar nicht so viel Hörspiel, wie man es eigentlich vermuten müsste. Aber letztlich dann doch eins und ein Stück, in das man immer wieder reinhören konnte, das verschiedene Aspekte beleuchtet. Man muss es auch nicht chronologisch hören und man kann auch sich einzelne Sachen rauspicken und es funktioniert immer. Ja, es hat diese einmal, auf der einen Seite diese Nüchternheit und aus dieser Nüchternheit resultiert dann trotzdem aufgrund des Themas und aufgrund des Zusammenschnitts oder diese Verdichtung im Hörspiel dann doch ein ganz großer Sog, durch den man da hineingezogen wird und durch das auch so eine Atmosphäre entsteht und so eine bedrückende Stimmung. Also gute Laune, Hörspiel geht anders, klar. Aber ich finde das verdammt wichtig in der heutigen Zeit und fand es tatsächlich als Projekt, als Riesenprojekt durchaus ein Kandidat für die Top 10 und deswegen ist es dann letztlich auch hineingewandert. Kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. So, mein Platz 9 hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass er dich überrascht, aber da du ihn in den Shoutouts schon hast, wird es nicht der Fall sein. Es ist ein Hörspiel, das ich nachgehört habe tatsächlich noch im Januar und zwar ein MDR-Hörspiel und zwar Utah Profits Der Ausbruch, was mir so gut gefallen hat. Es ist letztlich dann kein Wunder, wenn man liest, dass Regie Donia Anassos zum Beispiel geführt hat. Ja, das passt total, ja. lebendiges, überbordend lebendiges, humorvolles und trotzdem tiefer, tiefer gehendes Hörspiel ist, das eine ganz wundervoll skurrile Geschichte erzählt von einem, ja, Ausbrecher, der aus dem Gefängnis rauskommt, vorher quasi nichts mit der Pandemie zu tun hatte und dann in dieses pandemiegeschüttelte Deutschland reingespült wird und hier überhaupt nicht klarkommt. Und man selber dann durch ihn quasi konfrontiert wird mit dieser völlig bekloppten Welt, in der man eigentlich aktuell lebt und ich denke, ja, stimmt, das ist, wenn man jetzt quasi so zwei Jahre zurückspult, das ist schon, da hat sich schon einiges verändert. Und das fand ich so einen tollen, schönen Blick, ohne das Ganze zu überladen mit all dem Impfgegnerkrempel und was man da halt alles noch mit reinpacken könnte. Das spielt zwar unterschwellig dann schon natürlich eine Rolle, aber vordergründig ist es halt diese wundervolle Figur des Mörtels, der halt, ja, seine Oma besuchen will und eigentlich ja nur die Beute abholen will und das halt alles nicht so ganz funktioniert. Also ein ganz wundervolles Stück, das mir so viel gute Laune ins Gesicht gezaubert hat und mich halt gleichzeitig dann auch mit dieser Welt nochmal konfrontiert hat, in die wir ja so geschüppert sind. Und das war ein ganz tolles Stück, deswegen von mir die Nummer neun für den Ausbruch. Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Tatsächlich so eines der wenigen Stücke, was sich so auf unterhaltsame Weise mit der Pandemie beschäftigt. Also wer fiel da auch nur die Cayman-Grab an? Sonst war irgendwie, war das wenn überhaupt, wurde das gerne mal so als verkünstelt und überernstes Thema und das aber auch selten. Aber so richtig, wo man sagt, man nimmt das Ganze jetzt mal, ja, von der Humoring-Seite, das war dann eher Fehlanzeige. Und das ist hier tatsächlich sehr, sehr gut gelungen, fand ich auch. Ja, bei mir auf der neun ist auch was eher unterhaltsames, eher lustiges, aber zugleich mit, ja, viel Ernsthaftem im Hintergrund und dann noch ein Krimi dabei. Da es bei dir in den Shoutouts nicht aufgetaucht ist, denke ich mal, wird es bei dir auch in den Top Ten sein. Und auch bei unseren Hörern ist es ja in der Top Ten gelandet. Also von daher erzähle ich ja nicht allzu viel Neues, wenn ich euch sage, dass bei mir der Ernst Dörensen am Ende der Welt auf der neun gelandet ist. Tolles Stück. Ich nachvollziehen, ja. Total, total super. Es ist Sörensen, die haben mir alle drei bisher richtig gut gefallen. Die Atmosphäre, das Topping mit der Hauptfigur, der quasi die Rolle auf den Leib beschrieben wurde, also genau das, was er natürlich perfekt spielen kann. Und dann noch der Hintergrund, der dahinter steckt, also eben die eigene Story von Sven Stricker, dass da auch die eigene Erfahrung mit einfließt in diese Figur. Also das fand ich schon beeindruckend. Und wie man das gelingt, so ganz ernste Themen, einen ganz soliden Krimi und noch sehr viel Unterhaltsames in so eine Story zu gießen. Also das fand ich schon beeindruckend. Ja, und deswegen habe ich das gerne in den Top Ten gehabt. Kann ich nachvollziehen. Wäre tatsächlich mein Shoutout gelandet, wenn ich meine Schrift besser lesen könnte. Ich bin ja, meine Frau weiß ein Lied davon zu singen, ich bin ein Zettelfritze und ich schreibe immer möglichst kleine Zettel und schreibe die dann wirklich voll mit hinten vorne und dann oben am Rand noch ein bisschen und ach komm, hier ist noch ein kleiner Fleck. Ja, und da kommt dann sowas zustande. Klar, okay. Ich gelobe besser. Gut, das war spannend. Ja, auf Platz 8 ist, glaube ich, eine Überraschung. Okay. Passend zu 8, 8-8. Ah, okay. Ist tatsächlich, als ich so die Liste durchgegangen bin, eins der Hörspiele gelandet, die mir so hängen geblieben sind, die eben auch jetzt nicht so direkt, aber schon auch versuchen, unter anderem die Pandemie so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Schrägstich das, was Menschen daraus machen. Und in Staffel 3 von Akte 8-8, die Tausend Leben des Adolf Hitler, hat man es halt tatsächlich geschafft, diesen Wahnsinn, der in den ersten beiden Staffeln schon angestoßen wurde, in den Orbit zu schießen. Und zwar so in den Orbit zu schießen, dass ich immer gedacht, ich saß dann davor und dachte, nee, oder? Habe dann nachgeguckt, das gibt es wirklich, das glauben Menschen wirklich und dann diese Originaldokumente dann auch noch kommen mit, na hier, wie heißt er, dessen Namen ich mir nie merken kann, der YouTube-Star. Ach, ich weiß, wie du meinst, ich komme jetzt hier drauf. Der Ingenieur halt. Ja, ja. Was für bekloppte Menschen es gibt, Entschuldigung, die die Sachen glauben und sich zurechtspinnen, also diese Form von Auswüchsen einmal so deutlich vorgesetzt zu bekommen und ganz großartig ja zerlegt zu bekommen. Also in einer Folge wird ja par excellence eine Verschwörungstheorie zerlegt. Wie das gemacht wird, das ist so großartig, aber halt dann auch, wie diesem Wahnsinn Platz gegeben wird, wo einem dann bewusst wird, welche Auswüchse das nimmt. Also meine Lieblingsfolge ist tatsächlich die, wo eine Figur erklärt, welche Rassen es im Universum gibt und wie die voneinander abstammen und in welchem Verhältnis die zueinander stehen und wo die Aria in dieser ganzen Hierarchie stehen und wie dazu die Abfolge war. Und ich dachte vor, das glaubt diese Person wirklich. Und das ist so absurd, sich das vorzustellen, dass jemand sowas glauben kann. Und ach, also das ist humoristisch natürlich bis zum Anschlag. Das wird ins Lächerliche gezogen, aber halt auch gleichzeitig einfach gezeigt, dass sowas tatsächlich möglich ist, was ich nicht für möglich halte tatsächlich. Und in der Kombination war das wirklich, hat ja sehr schön aufeinander aufgebaut und ist immer noch absurder geworden, immer noch absurder. Also eben, wie gesagt, in den Orbit geschossen und ich fand das, also es war für mich sehr nachhaltig, großartig aufbereitet, bombig, unterhaltsam und ein ganz starkes Ding tatsächlich. Ganz starke dritte Staffel, die für mich tatsächlich noch mal besser war. Also für mich tatsächlich die beste Staffel war dann insgesamt. Es ist auch tatsächlich, ja. Ja, kann ich nachvollziehen, dass du das in den Top Ten hast. Das ist wirklich ein guter Kandidat, der da hingehört. Also ja, passt. Ich habe auf der Acht aber was ganz anderes. Erzähl. Auch aus dem Radio, aber eigentlich ein Krimi, der aber auch ein sehr aktuelles und ernstes Thema hat, was aber auch so ein bisschen, ich sage mal nicht ganz vorne ist, aber eigentlich viel weiter nach vorne gehört und zwar das Hörspiel Mönche, beziehungsweise in dem Hörspiel Mönche geht es ja um Incels, also Männer, die von Frauen sich verstoßen fühlen und ja so eine eigene toxische Männlichkeit um sich heran, also so eine toxische Welt aufbauen und dann eben auch zu Übergriffen neigen und die auch durchführen. Dieses Stück stellt das nicht nur anhand eines Krimis dar, sondern schafft es auch noch, einen richtig verwinkelten Plot zu schaffen, den man so also gar nicht im Vorbeigehen hören kann. Wahrscheinlich muss man das ganze Stück, auch wenn man es aufmerksam lauscht, eher zweimal hören, weil so viele Wendungen und extreme Wendungen drin sind, dass halt wirklich ja nicht nur unterhaltsam ist, sondern total überraschend und ja mit einem Ende aufwarten kann, was sich wirklich gewaschen hat. Also keine Figur stimmt da zu 100 Prozent über den ersten Eindruck. Und das ist, fand ich, großartig. So als Überraschung des Jahres im Radiobereich, also ein Autor, von dem ich noch bewusst nichts mitbekommen habe. Ein Hörspiel, was nur so als, naja, ist halt unser Montagsabend-Krimi-Hörspiel bei Deutschlandfunk Kultur, ohne großes Brimborium angekündigt wurde und plötzlich da war und tatsächlich ein saustarkes Stück war. Oh ja, das stimmt. Das war auch sehr nachhaltig. Weiß ich auch noch genau, wo ich es gehört habe und wollte ich danach auch nichts mehr hören. Ja, kann ich nachvollziehen. Sehr gut sogar. Ja, ähnlich ging es mir mit meinem Platz 7, der eins der heftigsten Hörspiel ist, das ich jemals gehört habe. Das hat mir so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich spreche von einer NDR-Produktion Ines Bayars Scham. Auch das kann ich nachvollziehen. Wo ich immer noch nicht so genau weiß. Ich weiß schon, was ich damit anfangen soll. Und was mir da gezeigt wurde. Aber das war so heftig. Letztlich geht es um eine Frau, die vergewaltigt wird und die Nachwirkungen dieser Vergewaltigung lassen diesen Mensch komplett zerbrechen. Und wir sind Zeuge, wie diese Frau quasi nach und nach zerbricht an dieser Erfahrung. Also da sind so heftig, also jetzt nicht plastisch heftige Szenen, aber so emotional so unglaublich heftige Szenen drin. Das halten wir auch immer noch so nach. Und der Umgang mit dem Kind. Und ja, also für das Ding braucht ihr echt starke Nerven. Aber ihr werdet dann in absoluten Tüttelchen belohnt mit einem aberwitzig guten Hörspiel, das so emotional an die Nieren geht, wie selten bei mir was. Und ja, auch wenn das Thema jetzt heftig ist und so, aber das finde ich, sollte man sich auch mal geben, muss man wahrscheinlich, man muss sich auch mit solchen Sachen mal konfrontieren und wenn, dann so in der Form. Und das war, das ist ganz groß. Ja, beeindruckend, fand ich auch. Das ist tatsächlich ein Stück, was mich auch sehr, sehr nachhaltig beeinflusst hat, weil das auch so gar nicht, oder es ist selten, diese Perspektive ein Thema ist, sondern immer nur so am Rande gekratzt wird, um eben was anderes zu erzählen. Und hier hat man wirklich schon den, quasi den reinen, unverfälschten Opferblick. Und du bist da so nah dran, du bist so nah dran einfach. Ja, Charme ist, also das Hörspiel, bitte nicht verwechseln mit... Die Charme La Honde. Die Charme La Honde von Anjanuk. Auch dieses Jahr raus war für mich eine der größten Enttäuschungen diesem Jahr. Aber Charme von Ines Bayer beim NDR unbedingt. Ja, großartiges Stück. Ja, bei mir auf der 7 ist was. Auch wieder Radio. Sogar auch vom NDR, was aber auch im Handeln mittlerweile hältig ist, und zwar John Steinbecks Jenseits von Ihnen, fand ich als große Produktion total spannend erzählt. Hätte ich nie gedacht, ich habe irgendwann mal das Buch angefangen, habe es genervt, weggelegt, weil irgendwie ging das vom Steam nicht an mich. Aber dieses Hörspiel, das hat mich tatsächlich geflasht und hat mich tatsächlich in eine Welt entführt, die mir eigentlich überhaupt liegt. Also das fand ich, also das Setting ist nicht meins, also so dieses Amerika der Gründerzeit, schwierig eigentlich nicht zu meinen, Gründerzeit, ein bisschen später, ich weiß nicht, wie nennt man das, ist das eine Industrialisierung? Also in den Teilen, ihr wisst schon. Und dann dieser christliche Hintergedanke, den das Ganze hat, was man ja schon am Titel erkennen kann, fand ich, ist eigentlich nicht so meins, aber tatsächlich in dieser Mischung und wie es erzählt wurde, fand ich das tatsächlich sehr beeindruckend, sehr stark erzählt und ja, war so eins der Highlights im Frühjahr letzten Jahres tatsächlich. Und ja, also das mochte ich gerne und ja, habe es gerne in meine Top Ten aufgenommen. Für die ehemaligen Hörer von uns wissen jetzt, das war ein Spoiler. Ja, genau. Hat man meine, hat man noch gar nicht gehört. Ein Spoiler. Ein Spoiler. Das ist besser versteckt. Ja, dann kommen wir zu Platz sechs, Zimmer. Da ist ein dritter Teil einer fantastischen und Abschluss einer fantastischen, wirklich ganz unglaublich kreativen, modern erzählten Geschichte gelandet, deren dritter Teil mich sehr erstaunt hat, muss ich sagen. Und vor allem hat mich sehr... Ich weiß es. Ich weiß es. Ja, Iva Leomengers Ghostbox, die dritte Staffel, die wirklich fantastisch war. Unter anderem, weil ich mir nach der Staffel 2 nicht so wirklich vorstellen konnte, in welche Richtung das jetzt weitergeht, wie man das jetzt irgendwie rappen kann. Also wie man da noch irgendwie die Kurve kriegt, um das alles unter einen Hut zu bekommen. Und tata, Iva Leomengers, schüttel das mal aus dem Ärmel. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich dicke Arbeit. Und das ist wirklich fantastisch. Das ist eine Hammergeschichte, die einen sehr würdigen, tollen Schluss bekommen hat, wo man eigentlich, das ist auch großartig, an einem Punkt schon denkt, das war es jetzt. Und da nochmal was nachgeliefert wird. Ganz großartig. Sehr überraschend auch, aus welcher Ecke dann was nochmal beigemengt wird. Beigemengt wird. Also überraschend, kreativ, überbordend, toll, modern erzählt, spitzmäßig inszeniert. Da braucht man sich nie Gedanken machen. Ja, das hat mich sehr geflasht. Dem habe ich unglaublich gerne zugehört. Und da hat es, was auch selten passiert, sehr, sehr, sehr oft Bing, 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 Bing gemacht in meinem Kopf. Weil ich tatsächlich, das ist auch eher unüblich, obwohl es mir nicht bewusst war, alles noch irgendwie im Kopf hatte von den ersten beiden Staffeln. Beim Hören habe ich das dann gemerkt, ach ja, das, 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 das. Also da war alles noch da. Das heißt, das, was vorher passiert ist, war auch so gut, hat so einen Eindruck hinterlassen bei mir, dass ich das alles noch präsent hatte. Und umso schöner ist das dann, wenn das dann alles zusammengeht, auch Sachen, wo man erst denkt, ja, hä? Ja, auch das passt dazu. Und ganz, ganz toll, tiefste Verneigung, Iwa Leo Menger, ganz toll, wirklich ein super Abschluss. Und das, also Ghostbox muss man gehört haben. Ja, stimmt. Stimmt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt brauchen soll oder ob ich jetzt einfach mal das offen lasse, ob das bei mir überhaupt in die Top Ten gekommen ist. Und ich cleverle das einfach vielleicht eben bei den Shoutouts außen vorgelassen habe. Weil du gedacht hast, dass ich das ja eh nenne. Ja, weil du hast ja die Audible-Sachen vorgelesen und da ist mir aufgefallen, dass da Ghostbox gar nicht erwähnt wurde. Ja, vielleicht. Ja, da bleibt das ja jetzt noch spannend, ob ich das noch, ob das noch in den verbleibenden sechs Plätzen bei mir noch drin ist. Oder vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ich habe auf der Sechs jedenfalls was anderes. Was vom Ende her. Mal wieder. Das ist schon merkwürdig. Ja doch, aber NDR hat ja auch was ganz Starkes vorgelegt, was mich total begeistert hat, weil es kunterbunt war. Es war lustig. Es war vor allem, Achtung, queer. Und jetzt ist eigentlich schon klar, was es war. Anton und Peper, die erste Staffel von Axel Ranisch und Paul Zacher, das hat mich wirklich sehr, sehr begeistert. Die erste Folge gab es ja schon mal vor drei Jahren, also mittlerweile vier Jahren als Einzelhörspiel. Jetzt hat man quasi nochmal vier Teile dazu sich erdacht und das fand ich granatenlustig. Das war auf die Zeit genau gemünzt. Also das passt wirklich in die heutige Zeit. Hört man leider auch gerade im Hörspiel sehr wenig ansonsten dazu. Und wenn, ist es dann nicht auch nur annähernd so lustig. Aber hier, das ist wirklich sehr humorig. Doch eine Ernsthaftigkeit, wie man mit dem Thema herangeht, auch eine besondere Sorgfalt, mit der man mit dem Thema umgeht, das trotzdem noch so lustig verpackt, dass es knalllustig ist und viele tolle Typen drin sind, die das Ganze richtig bunt machen. Ja, wenn ihr eine gute, tatsächlich eine gute, ja kann man es Sitcom nennen, aber sie hat schon so Anleihen davon. Wenn ihr sowas mal hören wollt, dann gönnt euch das. Wirklich sehr, sehr gut geschrieben, gut inszeniert und ja, zuletzt hackenlustig. Hm, du und der NDR, ne? Ihr seid so. Ja, das ist doch noch nicht das Ende der Fahnenstange, würde ich so sagen. Das ist doch nicht das Ende der Fahnenstange bei der NDR. Okay, interessant, da bin ich aber gespannt. Ja, wo sind wir? Fünf, ne? Auf Platz fünf ist, da wird es, um nochmal kurz dazwischen zu grätschen, so eng, dass es da tatsächlich irgendwie jetzt nicht gewürfelt ist, aber schwierig ist. Ja, also da würde ich bei mir auch sagen, also bis auf eins und zwei und drei, also so vier bis, ja eigentlich vier bis zehn, ist bei mir auch relativ austauschbar. Hm, deswegen. Auf Platz fünf ist gelandet Cayman Club, die dritte Staffel, die unglaublich fies war. Hm. So fies, wie ich selten ein Hörspiel erlebt habe, wo ich dann danach da gesessen habe und ich habe es euch ja schon erzählt, gesagt habe, das könnt ihr nicht machen, das geht nicht. Du kannst doch, das kannst du doch nicht machen. Ja, kurz als Spoiler, doch, haben sie, haben sie gemacht. Einfach. Das ist schon, das ist schon echt krass. Also man verbringt ja mit dieser Hauptfigur doch zwei Staffeln und das kommt einem ja dann schon so ein bisschen nah, auch wenn die Figur jetzt vielleicht nicht immer die netteste ist und, aber man nimmt es dann so hin und denkt, ja, das ist halt einfach ein saukleverer Kerl und, naja, irgendwie sympathisch ist er ja schon in irgendeiner Form. Und dann kann man doch nicht sowas machen. Letztlich, wenn man dann von oben drauf guckt, ist das letztlich ja nur konsequent. Ja. Und das ist das Fiese an diesem Ding und ja, vielen Dank Stuart Kummer und Edgar Lindscheid. Das war wirklich ganz groß, hat immens Spaß gemacht bis dahin. Bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt zumindest. Und sehr cool ist natürlich auch, dass da dann, dass nie direkt, auch danach nie direkt benannt wird. Wird zwar angeklagt von jemandem dann am Ende, aber so direkt benannt wird das nicht. Und das auch, das Ding sprüht vor tollen Ideen, wie das immer ist bei den beiden, wenn die eine Geschichte erzählen. Das ist bombig, bombig unterhaltsam. Aber eben nicht nur das, sondern hat halt auch so, geht halt so ein bisschen tiefer und ja, hat halt noch so mehrere Geschichten drunter und traut sich dann halt einfach mal sowas wie das, was sie sich getraut haben, was ich jetzt nicht benennen will, weil dann euch der Spaß an dem Ganzen genommen wird. Und wer es noch mehr, das noch nicht gehört haben soll. Um Himmels Willen, hört das endlich an. Da gibt es kein Wenn und Aber. Unbedingt. Macht das. Aber ich meine, das hat ja anscheinend nicht nur uns gefallen, weil auch unsere Hörer haben es ja auch in die Top Ten gewählt. Und ja, also es scheint ja nicht ganz falsch zu liegen. Nein. Ja, auf der 5 kann ich mir es jetzt einfach machen. Ich hatte lang keine Produktion des NDR mehr drin. Und bei mir ist auf der 5 tatsächlich Ines Bayaz Charme gelandet. Und ja, brauchen wir jetzt nicht mehr viel zu sagen. Tolles Hörspiel. Hört euch das an. Wenn es das nicht müsste, könnte doch da sein. Ja, könnte doch verfügbar sein. Gönnt euch das mal. Das ist wirklich grandios. Ja. Tja. So, auf Platz 4 ist vielleicht eine kleine Überraschung. Weiß ich nicht. Ist tatsächlich was von Fayo gelandet. Und zwar eine der Artikel X. Und da habe ich... Dann hast du es geschrieben. Ich hatte kurz überlegt, wenn ich zwischen 2... Nein. Dann ist es die 2. Nein. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. War es doch die 10? Ist das das? Ist die Eierschecke. Ja, ist die 10. Ist die 10. Ja, Kai Schwinds Eierschecke. Ich hatte überlegt, weil ich den Fahrstuhl auch großartig fand. Als sie die in der Umsetzung so clever und toll erzählt. Und auch wenn man es geahnt hat, dann doch überraschend. Also hier mit dem Rauf- und Runterfahren. Großartig. Von Sven Stricker. Und auch so ein paar andere Sachen noch da waren. Die erste Folge fand ich auch toll. Ja, aber die Eierschecke von Kai Schwindt, das ist so eine fantastische Geschichte, die so toll erzählt wird. Mit sehr viel Hörspiel. Also obwohl es ja kein Hörspielbombast ist. Also wir befinden uns quasi nur in der Wohnung einer älteren Frau, die eine Ausladung bekommt. Und anhand derer wird dann letztlich diese Geschichte erzählt, ihrer Vergangenheit, ihrer Ostvergangenheit. Und mit so viel, die so authentisch klingt. Also dass man wirklich neben ihr sitzt. Die so toll geschauspielert ist. Das weiß ich nicht, das ging mir so nah. Und das liegt halt A natürlich am Skript, weil das ja halt so authentisch rüberkommt, als ob das halt wirklich eins zu eins so passiert wäre. Und dann halt B noch durch die schauspielerische Leistung einem das so nah geht, als ob man halt wirklich und akustisch halt so gemacht ist, dass man wirklich daneben sitzt und dem traurig dann zuhört, was passiert. Weil man schon ahnt, in welche Richtung das gehen könnte. Das ist, fand ich so faszinierend und fantastisch. Ja, das war eine sensationelle Hörspielstunde, muss ich sagen, die mir richtig, richtig gut gefallen hat. Und auch das ist etwas, finde ich, das muss man in 2021 einfach gehört haben. Ja, ich hatte es ehrlich. Bei mir hat es nur für die Shoutouts gereicht, weil in der Top Ten hat sich halt schon so viel gedrängelt. Aber das wären so die drei Folgen gewesen. Also Eierschecke wäre auf jeden Fall mein Favorit aus allen elf gewesen. Ich hätte halt noch den Fahrstuhl und auch den Grenzwert X von Überleon Minger mit drin gehabt. Ja, aber kann ich gut nachvollziehen, dass das bei dir in die Top Ten geraten ist. Also das hat bei mir auch mitgekämpft. Ja, ich kann mir das beim, wo sind wir? Platz vier, ne? Kann ich mir das relativ einfach machen, weil das hattest du schon erwähnt und ja, auch belohbhudelt. Und dem kann ich mich dann jetzt einfach anschließen und erzähle euch einfach, dass auf meinem Platz vier die Akte 88, die Tausendregeln des Adolf Hitler ist, die Staffel 3. Ja, die habe ich auch ganz nach vorne. Auch letztlich, weil es wie Faust aufs Auge zum letzten Jahr passt. Also diese ganze Schwurbler-Stories, die man natürlich auch schon in den ersten zwei Staffeln hatte. Aber das hat natürlich aufs Jahr 2021 gepasst, wie Faust aufs Auge dann noch so toll erzählt und wirklich mal auch so dicht beleuchtet. Also ich finde immer noch das Faszinierendste, wie man diese Schwurbler-Theorie da auseinandergenommen hat und das gezeigt hat, wie sowas funktioniert und wie sowas aufgebaut wird und welche Kniffe da genutzt werden. Also das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Eine tolle Story, sehr viel Witz drin, ein Ende, was sich auch gewaschen hat, was ja doch schon ganz schön besonders war. Ja, von daher ist das auch gerne in meinen Top Ten reingewandert. War auch relativ schnell klar, dass das in den Top Ten ist. Cool. Ja, wir sind am Treppchen. Wir sind auf dem Treppchen. Ja. Jetzt wird es eng. Jetzt wird es richtig. Ja, und es sind, ich denke, wir werden wahrscheinlich zwei Überschneidungen haben, vermute ich mal. Ja, ich glaube auch. Ja. Also die drei hast du auf jeden Fall. Das weiß ich, weil das auch eins von deinen Lieblingsstücken war. Blackbird. Okay, um vorzugreifen, ist bei mir auch die drei. Ist bei dir auch die drei. Ja. Matthias Brandt, eine Geschichte zum Niederknien, wundervoll mit einer Hauptfigur, auch zum Niederknien mit skurrilen Nebenfiguren der Bademeister. Es sind einfach Szenen drin, die man so plastisch auch, ich weiß nicht, wenn man es liest, denke ich, geht es einem auch so. Aber im Verhörspielten ist es auch einfach toll gelöst und wundervoll in Töne getaucht tatsächlich, also in Szenen getaucht, die man auch nicht aus dem Ohr kriegt tatsächlich. Ja, ich fand es auch von der Atmosphäre toll. Ich fühlte mich tatsächlich auch an meiner eigenen Jugend, also so weit sind Brandt und ich da nicht auseinander, vor allen Dingen, weil ich auch auf dem Land groß geworden bin und da ja immer so alles noch so ein paar Jahre zurück war, so damaligen Zeit zumindest. Und von daher habe ich da schon ganz viel von früher geatmet in diesem Stück. Also das war, für mich fand ich das unheimlich plastisch und unheimlich greifbar, was da erzählt wurde und wie das erzählt wurde. Eine ganz tolle Coming-out-of-Age-Reschichte, das fand ich schon bombastisch, sehr gut erzählt, tolle Figuren drin, dieses Thema, was sich durch das ganze Stück zieht und an dem sich der ganze Plot aufhängt, fand ich sehr gut gewählt und sehr anschaulich. Also das hat mich schon ziemlich beeindruckt. Ja, ganz, ganz toll. Wundervolles Teil, was man auch immer wieder hören kann tatsächlich. Das ist auch so ein Stück, das ist, ich sehe es auch nicht, ein gutes Launestück, weil es geht ja um Krankheit und um Abschied, um Freundschaft und also ganz tiefgreifende Themen auch, aber es ist trotzdem so ein ganz warmherziges Hörspiel, das einem, ja das ganz toll nachklingt einfach. Das riecht nach Brillblumen. Nach was? Nach Brillblumen. Nach Brillblumen? Ja, diese Aufklebeblumen, die man so, ach kennst du ja nicht mehr, du bist ja viel Ziegen. Nein, du bleibst mal. Du siehst mich mit staunendem Gesicht. Ich sehe jetzt auch nur zwei Hörer im Hörgruseln nicken. Das ist dann auch nicht, Größe übrigens. Ja, also eine haben wir auf jeden Fall noch, ich fürchte, die ist auch eins, aber warten wir mal ab. Dann auf Platz zwei ist was, was du schon genannt hast, was mich absolut geflasht hat. Ein Achteiler, den ich genossen habe. Das war fast parallel zu den, zur Prissy Edition, glaube ich, oder? Ja, ziemlich parallel, ja. Das waren halt zwei so riesen Klopper, also vom Winde verweht und jenseits von Eden, die so großen Impact hatten, irgendwie gefühlt im Radiobereich. Wahrscheinlich doch nochmal mehr die Prissy Edition, die ich für nicht so gut befunden habe. Tatsächlich, weil mir die Grundidee nicht so zugesagt hat, wo ich aber trotzdem auch sagen muss, auch heute noch, weil ich tatsächlich immer mal wieder den Anfang höre, diese I Have a Dream Anfang, da kriege ich immer noch Schauer, tatsächlich. Also da, das ist so fantastisch gemacht, wie da Musik und Martin Luther King ineinander greifen, das ist ganz toll. Aber auf Platz zwei, jenseits von Eden. Was für eine Geschichte. Ich weiß noch nicht, was man da groß sagen soll. John Steinbeck. Ja, ich habe das Buch immer noch nicht gelesen, würde ich aber gerne. Also diese Geschichte ist aber witzig gut, tatsächlich. Also alleine, wie das losgeht am Anfang, wie diese Landschaft beschrieben wird. Auch da, wie toll das Verhörspiel ist, wie das in Töne getaucht wird, wie wundervoll diese Musik ist in diesem Stück und das Eingeflochtenes. Die tollen Schauspieler, die diese Geschichte lebendig machen, diese unglaublich große, große Geschichte, eine Familiengeschichte über mehrere Generationen an diesem ganz speziellen Fleck, der auch so speziell tatsächlich dargestellt wird. Und wo eben die Personen und der Ort irgendwie so verwachsen sind und so ineinander übergehen, dass das so ein, ja, so ein Ding wird. Also das ging mir zum Beispiel am Anfang so, da wird ja sehr viel Wert drauf gelegt, diese Landschaft einzufangen und zu beschreiben. Auch von John Steinbeck selber, weil es ist ja seine Landschaft. Das war ja sein Grundimpetus, glaube ich, diese Geschichte zu schreiben, um diese Landschaft festzuhalten für seine Nachkommen zur damaligen Zeit. Ja, was dann erzählt wird, diese Kein-Abel-Geschichte, dann diese verdrehte Moralgeschichte, die das ist. Also das ist so faszinierend mit diesen Bibelanklängen. Das ist so groß und so toll und ergibt tatsächlich alles Sinn. Also es ist nicht so, dass da irgendwelche Bilder dann übergestülpt werden, sondern das sind einfach so tolle Figuren, die er sich da erdacht hat, die da miteinander interagieren und streiten und sich lieben und aufeinander losgehen. Und ganz großes Ding, ganz großes Sittengemälde, ich weiß nicht, wie man das epochal dann irgendwie nennen soll, dem ich unglaublich gerne gefolgt bin, wirklich in alle Ecken. Und das war, fand ich, total faszinierend, super verhörspielt mit fantastischer Musik und Gänsehaut. Das war ganz toll, wirklich. Cool. Ja, da liegen wir ja gar nicht so weit auseinander. Nee, jetzt bin ich aber gespannt, was ist es bei dir? Ja, das war, also jetzt kommen wir wirklich an die Position, wo ich wirklich gehadert habe. Ich habe auf 1 und 2, zwei Stücke, wo ich lange Zeit der Meinung war, was auf die 1 gehört, ist ganz klar. Da kannte ich aber das andere noch nicht. Und auf Platz 2 ist bei mir gelandet die schwarze Serie Folge 19, die 5 Finger. Grandioses Ding, was wirklich mich total überrascht hat, weil ich es in dieser Reihe nicht schon unterdeckt habe. Da gab es zwar einige sehr schöne Produktionen, aber dann halt doch eher, ja, was Mainstreamiges, was wirklich unterhaltsam war. Aber so die erste, dieser Kupferstich, das war schon ein richtig gutes Ding. Aber die 5 Finger, das war dann plötzlich sowas, wo ich denke, was, was machen die denn da? Das ist ja der Hammer, wie toll man erzählen kann. Sebastian Weber hat da eine Story sich erdacht, die so vielschichtig ist, so wendungsreich, so viele Ebenen hat. Dann noch auf die Meta-Ebene sogar noch spielt und das Ganze auch wirklich sehr unterhaltsam macht, ohne dass es so plump wirkt. Und ganz, ganz großartige, tolle Story, die gut verhörspielt wurde, gut inszeniert wurde und auch so inszeniert wurde, dass das Ganze auch funktioniert. Ja, hat mich total begeistert und wie gesagt, war lange mein Favorit auf Jahr 1. Also ich habe ja direkt, als ich es gehört hatte, gesagt, also da kann jetzt eigentlich nichts mehr kommen, dass dieses Jahr vom Tojo kommt, Hörspiel des Jahres, Basta, Punkt. Ja, gab es dann doch noch eins, aber ja, sehr verdienter Zweiter bei mir, finde ich. Und ja, wie gesagt, ganz, ganz, ganz knapp an der 1 vorbei. Ja, toll. Ja, ich weiß, was du auf der 1 warst. Das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch so, oder? Ja, ich glaube auch. Ich habe gesagt, ja, toll. Ja, ist mein Platz 1 tatsächlich, weil es, da kommt so viel zusammen. Also A, der Überraschungsfaktor, also innerhalb dieser schwarzen Serie, die zwar wirklich, ja, gut ist, auch teilweise sehr gut war, aber sowas abzuliefern, was so kreativ ist und so out of the box, also erzähltechnisch überhaupt, also mich hat es so überrascht, dass man mir erzähltechnisch nochmal sowas Neues präsentieren kann, wo man ja echt nicht rechnet mit, ne? Weil das heißt, es ist halt eine, jetzt auch keine ganz normale Gruselgeschichte, also die Basis von dem Ganzen, das ist schon eine gute, gruselige Geschichte, die so mit Motiven spielt, die man aus verschiedenen Geschichten kennt. Aber dann diesen unglaublich tollen Dreh reinzubringen, diese Geschichte so zu erzählen, dass die Hauptfiguren quasi in die Geschichte reingesogen werden und die Geschichte sich dadurch ändert. Also das ist faszinierend und da ist man wirklich mit offenem Mund am Anfang und denkt, machen sie das jetzt wirklich? Ja, wow, okay, cool und das ergibt dann tatsächlich auch alles Sinn und ist dann noch unterfüttert mit teilweise ein bisschen komödiantischen Elementen, was das Ganze auch noch unterhaltsam macht. Also das ist auf so vielen Ebenen toll, dass mich das wirklich total von den Socken geholt hat, auch wenn du mich schon vorgewarnt hattest, aber das war, das war sensationell. Sebastian Weber, Maritim, alle, alle, sämtliche Hüter, Patrick Holtheuer, Hammer, ein Hammer, 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 geiles Hörspiel, das ihr unbedingt hören müsst. Ja, unbedingt, also wenn es ein Hörspiel gibt, das ihr aus 2021, wenn man mich jetzt festnageln würde, okay, es wäre jenseits von Eden und Blackbird und die Jams, aber auf jeden Fall die fünf Finger, müsst ihr anhören, unbedingt. Ja, also ich bin der Meinung, dass man meine Top Ten unbedingt hören sollte, ohne Ausnahme, ich frage ab. Ja, wer ist denn noch übrig? Ja, wer ist denn noch übrig? Ja, da fehlt ja noch einer. Ja, wer könnte das denn sein? Weiß es echt nicht. Ghostbox? Nein, also um das auszulösen, Ghostbox wäre dann bei mir in den Shoutouts gewesen, aber da du es schon vorgelegt hast, habe ich gedacht, nee, ich sage mal nichts. Wer fehlt denn noch? Ja, wer fehlt denn noch? Hast du den Klapp schon? Ach, guck. Hat es nicht. Hat es noch nicht, dann nehme ich den doch mal auf die Eins. Ja, für mich, das war wirklich, ich hatte es tatsächlich relativ spät gehört, so um die Weihnachtszeit, das kam ja im November raus und es hat tatsächlich bei mir lange geschmort, weil das halt irgendwie, ja, vier Hörspiele jetzt so weghören, ja. Ja, und ich wollte mir auch so einen besonderen Moment, wo ich dachte, jetzt habe ich mal die Zeit, das wirklich am Stück zu hören, weil ich ja schon ahnte, dass da wieder was Gutes auf mich zurollt. Und ja, es hat mich dann tatsächlich geflasht und ich glaube, den Punkt, den es bei dir hatte, dass es nicht ganz nach vorne kam, das war für mich dieser warme Moment, wo ich dachte, hey, die trauen sich ja was, die trauen sich ja richtig was. Ich fand das total auf den Punkt, eine grandiose Produktion, die man jetzt auch unter Pandemiebedingungen, wo man ja im Vorjahr quasi das schon absagen musste und damals nur dieses Telefonhörspiel rausbringen konnte und dann unter diesen eigentlich noch gleichen Bedingungen, die ja auch schon im Vorjahr geherrscht haben, dann doch so ein Hörspiel abliefern konnte, mit einer bombastischen Story, mit ganz viel Werft drin. Ja, du hast ja schon alles gesagt eigentlich zu diesem Stück und ja, für mich hat es dann letztlich, nur in Mühe ist es an der schwarzen Serie, ich bin auch immer noch hin und her gerissen, aber das Ding steht jetzt einfach. Also, ja, muss ich in Kleidung, ist auch der 1, genau, es hilft ja nicht, es wird ja auch nicht besser dadurch. Nein. Ja, das war unsere. Ja, das alte E-Bahn, ne? Ja, genau, wir werden uns auch immer ähnlich, weil ich glaube, da waren wir wirklich kaum, also so richtige Ausreise haben wir gar nicht, also. Nee, nicht wirklich nicht. Alles, was du hast, habe ich zumindest dann auch in der Nähe gehabt. Ja, tja. Wir müssen uns mal wieder austauschen, also so richtig aus, so körperlich aus, nicht so direkt miteinander reden, sondern halt einer weg und irgendeinen anderen rein, den er frischen Wind reinbringt, das ist ja wirklich schlimm. Furchtbar, ja. Vor zehn Jahren gehen einfach den Spuren, sondern vorbei. Nee, 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 nee. Wie auch. So, aber deswegen nehmen wir euch jetzt ins Boot. Ja, liebe Hörer, ihr wolltet ja, ihr seid ja eingeschwürt hier, um jetzt zu hören, was jetzt kommt. Genau. Unser Gesappel, das, ja, gut, aber da ist ja eingeschnitten, aber wir erzählen jetzt nicht mehr von uns und von unseren Vorlieben, sondern jetzt von euren und das machen wir an einem neuen Teil, weil der Anwalt hat ja schon geklopft und wir hören uns dann gleich mit euren Top Ten. Genau. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020